Oh mein Gott, das reicht nicht! So, kommt das auch weg hier. Ähm... Machallah, machallah! Warte mal, wenn da das ist, könnte da wieder... Oder wie mach man das, ähm... Da oben ist eigentlich ganz gut. Könnte da noch eine hin und, warte mal hier unten erst mal. Oder stellen wir die auch irgendwo rauf. Ne, oder? Ist doch auch Schwachsinn. Äh, Tiret, ich könnte hier noch eine hin. Ist doch die Hake natürlich weggelegt. Ähm, wie machen wir das am besten? Pack mal schnell alles erstmal rein hier. Zortieren wir mal danach. Ich krieg hier gleich einen richtigen Rappel bei der Musik. So, schnell weiter. Die ist ganz cool. Ach... So! Komm, auch noch weg hier. Jetzt will ich noch ein paar Kisten hier. Wir können aber ein paar neue Kisten machen. Die können wir immer gebrauchen. Hier noch... Hier noch... So, das sind jetzt elf Stück. Ich will mal kurz was probieren. Wenn ich jetzt... Wo sind denn die Dinger? Ich muss mal kurz was gucken. Ich möchte gerade Slabs aus Cleanstown haben. Haben wir jetzt zufällig noch irgendwo hier? Haltet irgendwie übersehen grad. Anscheinend nicht. Mach mal schnell welche. Wenn ich jetzt hier die Dinger hin mache. Hier und hier kann ich das Ding noch öffnen. Geht noch! Wunderbar! Wunderbar! Das heißt, da kann noch eins hin. Ähm... Wo ist das Ding? Mal haben wir noch eine andere Hacke hier. Kein Bock die zu verschwenden. Ja hier, Eisenhacke reicht für den... Wird etwa vieles vorhaben. Das mit den Item Frames ist ein bisschen komisch, oder? Warte mal kurz. Haben wir noch... Da sind die Dinger. So. Das ist mal ganz gut ge... Also da kann man nämlich hier... Wie ich mir das jetzt vorstelle, ja? Kann ich mal kurz präsentieren. Ähm... Hier unten... Kommt das... Warte mal, kommt das weg hier? Kommt das weg? Ich glaube das ist ein Zombie irgendwie auf dem Dach drauf. Kommt hier hinten, ähm... Cobblestone rein. Da kommt Cobblestone rein. Kann ich mal kurz was rausnehmen hier. Aus Spaß. Cobblestone, Cobblestone hier unten. Und hier drüben natürlich. Na komm schon. So. Und... Jetzt sieht auch scheiße aus, oder? Warte mal. Wie kann man das besser machen? Ja, warte mal, das muss weg hier. Das passt auch noch rein hier. In mein Inventar. So, dann kommt die Kiste mal... Hier hin. Dann kommen wir jetzt auch mal was sparen. Dann kommt hier wieder ein Itemframe hin mit Cobblestone. Was ist hier drin? Oh, hier ist Cobblestone drin. Uh, zu viel. Kabel, 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 Kabel. so kann nur einsammeln hier noch ein bisschen mehr kabel dann ist hier kabel da drüben kann aber andere tieren mal gucken mal von einstellen so dann wäre jetzt hier in dem fall machen einfach mal kleinst dauer spaß so fenster kommen erst mal weg die machen wir dann andere mal und wieder rein wo er noch platz ist muss man mal gucken so dann kommt hier erst mal wieder dittling und dittling da kommt auch mir eine kiste und kiste so ich guck mal nachts ist dunkler nachts ist dunkler als draußen das ist die weisheit überhaupt die ist geil muss beleuchten so dann kommt hier wieder zack natürlich kann es noch nicht füllen er hat es mir ganz bewusst aber mit der zeit was nie los was sowas eigentlich nicht geplant sonst da rein so kommt das mal weg hier da machen wir noch ein bisschen der mir noch so viel so viel dinge sehr close down da kommt oben noch ein so hier 12 müssen ein paar mehr machen davon so darf das mal reichen kiste kiste clean stone ist alles leer haben wir immer noch auf und links da und lieber clean stone clean stone gut wir haben das gerade hier können es gleich ansetzen irgendwie gucken wir es am besten machen wir so richtig verpacken irgendwie komm machen wir zum schluss machen wir zum schluss jetzt so da oben kommt ein anderer stone rein dass wir gucken was für einer jetzt erstmal kurz die drüben bisschen was für dreck allerdings erst mal alles hier ab mal ein bisschen platz im inventory machen wir es meine seite fertig und gut meine freunde freunde das kommt noch weg land ist ein alter umdruf nee geht so alles gut es wird ja schwer die hinzusetzen müssen wir uns mal kurz hoch buddeln haben wir noch ein bisschen dreck hier haben wir auch da alles alles am start da kommt schon 1 2 3 1 2 1 du musst du dann ja weg da oben kommt jetzt ja was kommt da rein hier kann man sagen die stone ecke hier ja für die dies für die stoner die stoner ecke dann kommt da oben brixton rein ist das was das ist was oder oder das ist die frage okay wir machen eine kiste für brixton eine kiste für hier drüben kann man keine kiste mehr machen machen wir die kiste daneben für so ein zeug halt für zeugs so dass sie alle folie also eine kiste für so ein stein zeug jetzt slabs und 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 was macht das hier und mein gott wird die wort mehr ein mehr treppen und so ein zeug hat ne den ganzen anderen quatsch so erstmal kurz das ding auswählen hier so denke an die kiste hier ran und hier unten kommen wieder die die slabs ran 1 2 das passt hier nicht mehr hin vielleicht müssen wir die öffnung verschieben irgendwie noch eine etage höher wie geht es würde auch ganz gut aussehen oder machen wir einfach mal so level 24 25 25 bauen wir das mal ab hier oder wir sitzen hier halt woanders dran das wollen wir mal gucken könnte man auch im boden setzen geht ja auch aber weiß nicht das gefällt mir dann doch nicht so das ist unterfall ich wusste es und kann das geleckert ist da draußen zufällig er hat zwar brennt grad hallo die verarschen so da kann hier was hin das ist geil das ist geil obwohl warte mal okay dann machen wir die kiste hier drüben wie gesagt für brickstone wenn ich jetzt gerade mal finden würde ah da ist er mal einen rausnehmen hier so brickstone ähm und hier nebenan machen wir mal viel zeug zeug dann nehmen wir am besten mal so ein treppending oh mein gott ich hab's drauf geplantet so ist ganz gut ähm cleanstone war hier drüben gut stone bricks kabel ist mal hier jetzt hab das ein ding zeugs kommt da rein dazu tiere mal stone bricks ist da hinten so hier fehlen noch die 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 slabs unten dran oder so sieht schon also auf jeden fall besser aus immer noch mehr platz ist ein bisschen sparsamer nicht irgendwie so durcheinander und so platzverschwendig ich guck mal die öfen jetzt dran machen da hittet nicht oder hittet da da müsste eigentlich gehen oder ja klar hittet das ist ja was hoch springen ich bin gespannt ob wir die unten dran packen können oh das hittet ja ich kann irgendwie ein zombie hier warte mal kurz scheiße was da los und verzaubert das goldschwert oh nie digga die kommen jetzt mittlerweile durch das portal durch ey das ist natürlich bitter da müssen wir einfach mal unser haus also im neta so ein haus bauen und damit da kein zombie reinkommen weißt du aber naja kannst du nix dran machen ey das ist natürlich dieser clean stone kommt natürlich gleich da rein wo es hingehört so mal kurz ablegen irgendwie das ist natürlich ein bisschen naja das dauert ich weiss aber wat willst du machen wat willst du machen kann könnte ich jetzt noch hier so ne ebene machen oder ähm machen wir mal kurz erstmal hier holen wir mal die brickstone mehr raus Fenster kaputt machen so was ist da oben drinne sind aber das kann eigentlich da bleiben oder mal da 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 das geht ja eigentlich so erstmal da wo ne also so und das schild kommt natürlich noch weg das ersetzen wir Blub 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 youtube 6 ich würde jetzt mal so vorschlagen weil Kohle hat man eine ganze Menge eigentlich Ich komm's hier hoch Me Wie kommt der hier hoch? Was ist denn da los? Mal den Creeper. Mal den... Ja, ich komme schnell weg. Nee, wie kommt der denn da hoch? Können die jetzt... Können die denn den Treppen hochgehen? Also Leitern klettern. Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn da los, ey? Egal, der ganze Typ, der hier aufpasst, auch ganz gut. Der macht ja nichts. Wenn du angreifst, das Problem ist, wenn du jetzt auch hier angreifst und du gehst ins Neta, dann greift dich alle Zombies an. Alle Zombies, Schweine. Von daher lasse ich da lieber die Finger von. Weil die sind doch ganz schön krass drauf, denn. Ja, mit denen ist es nicht leicht zu scherzen. Das Portal nervt schon so ein bisschen. So, Kohle, Kohle, Kohle. Kommt das alles da oben rein? Ich glaube, ein bisschen haben wir auch noch hier oben, oder? Nee, warte mal. Hier? Nee, hier? Achso, haben wir alles schon rausgeräumt. Gut. Kohle, Kohle, Kohle. Haben wir irgendwo noch Kohle? Gut, haben wir erstmal nicht. So, die nächste Etage wäre jetzt hier. Und da, und da. Mach mal, hast du mal das hier weg? Das war alles schief und krummer hier. Krummer hier. Krummer. Oh, das Portal nervt schon so ein bisschen. Kannst du sagen, was du willst, das Portal nervt? Aber wir werden es auch nicht ewig hier drinnen aufhalten, ne? Das ist ja... So, ähm... Da unter könnte dann eigentlich... Wir müssen irgendwo auch Drecke machen. Drecke hat man auch mal ne ganze Menge. Mal hau doch ab hier! Spacken! Ähm... Machen wir hier Eisen hin. Ich glaube, das für Eisen braucht man gar nicht. Machen wir hier mal Eisen rein. Ich glaube, eine Kiste für Eisen reicht vollkommen. Ich glaube nicht, dass wir niemals mehr als, äh... Eine Kiste voller Eisen haben werden. Weil es immer gebraucht wird eigentlich. So, der kommt hier... Machen wir mal Redstone rein. Weil Redstone haben wir natürlich ganz viel jetzt. Ist ja ein Lieber, ne? Ist ja ein ganz Lieber. So, Redstone, Redstone. Und da werden wir noch ganz viel haben, wenn wir das alles abbauen werden da draußen. Damit dann mache ich ja... Und der ist so mega laut, ey. Wenn der grunzt. So, Eisen kommt hier rein. Redstone kommt da rein. Und ich fürchte, wir werden nicht genug Platz haben für Ardett. Das heißt, äh... Ja, was heißt das? Vergrößern heißt das eigentlich, aber... Mein Gott, ich habe jetzt noch nicht wirklich Bock drauf. Holzecke brauchen wir auch noch. Gut. Na komm, genug Platz haben wir eigentlich. Sollten wir eigentlich haben. Ey, der ist doch mal so mega nah dran, ey. Ey, du musst den dann irgendwie schlagen, aus Versehen. Ich werde irgendwann noch rankommen. Wie ist das? Und dann ist das richtig los. Dann ist aber Polen offen, ey. Das kann ich euch sagen. So, ein bisschen Kistenbeug noch. Was der hier macht? Ich verstehe das nicht. In der Anderswelt. So, sollte erst mal reichen. Ähm... Mach mal unten einfach mal aus Spaß Dreck rein. Oder? Ja, ne? Dreck ist auch mal gut. Jetzt geht doch noch... Ach, der ist gerade aufgehangen, deswegen. Geht doch mal irgendwo... Ah, nein! Geht doch irgendwann mal wieder weg. Oder bleibt das ewig hier? Der läuft auch irgendwie so matschig. Dreck, 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 Dirty, Hairy. Oh! Was magst du? Ah, warte mal hier noch. Ich bräuchte noch irgendwie was für den Zerholz. Warte mal, ich werde einfach mal... Eisen, da kommen die Schienen auch rein. So, das nehmen wir mal weg. Mein Gott, der ist so mega laut. Ich glaube, ich kill ihn gleich. Es heißt, er hat mich natürlich verscherzt, aber das ist mir jetzt egal. Er ging mir einfach auf den Sack. Gut, Freundchen. Ähm, mach mal... Das war weg hier. Ähm, warte, kann man weglegen erstmal hier. Scheiß drauf. Ja, aber auch so viel Holzdinger. Die können wir auch, glaube ich, verbrennen. Die gleich einfach weg. Genau, Müll-Aimer müssen wir noch machen. Schön kleinen Müll-Aimer. So, Kiste, Kiste, Kiste. Was kommt da jetzt rein? Kohle ist hier. Ich glaube, ich drüber brauche keinen... Das ist auch ein Schwachsatz, was ich hier gemacht habe. Ja, wunderbar. Liegt das umdruf. Komme ich super ran. Egal. Ähm, Kohle, Kohle. Eisen und Redstone. Dreck. Hier machen wir hier mal Sand rein, oder? Sand ist ganz gut. Genau.